Endlich ist das Rätsel gelüftet. Kylie Jenner hat verraten, wie ihr Sohn heißt. In einer Bildereihe auf Instagram zeigte die 25-Jährige knapp ein Jahr nach der Geburt erstmals das Gesicht des Kleinen und erklärte, dass er auf den Namen Air hört. Tage nach der Geburt am 2. Februar 2022 hatte Jenner verkündet, dass ihr Sohn Wolf heißen soll. Kurz später entschieden sie und Vater Travis Scott, dass der Name doch nicht passt. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er es ist, sagte sie damals. Er ist das zweite gemeinsame Kind von Jenner und Scott und trägt den bürgerlichen Nachnamen seines Vaters Webster. Tochter Stormy erblickte am 1. Februar 2018 das Licht der Welt.